Das Krisenjahr 2009 ist spurlos an der Volksbank Eisenberg vorübergegangen. Vorstandschef Klaus Euler bezeichnete auf der heutigen Bilanz-Pressekonferenz 2009 als das erfolgreichste Geschäftsjahr der Nachwendezeit. Das Betriebsergebnis stieg um 32 Prozent auf 4,5 Millionen Euro, die Bilanzsumme konnte um 33 Prozent auf 270 Millionen Euro gesteigert werden. Wir haben unsere Bilanzsumme um über 30 Prozent steigern können und das Ergebnis hat diese Steigerung mitgemacht. Das heißt also mit dem Bilanzsummenwachstum von 30 Prozent ging auch eine Ergebnissteigerung von 30 Prozent einher. Wesentliche Impulse im abgelaufenen Jahr sind gekommen, einmal durch Geldmarktgeschäfte, die wir getätigt haben, aber auch einer deutlichen Steigerung des Kundenvolumens. Die Ethikbank, eine Volksbank-Tochter, hat einen erheblichen Anteil an der positiven Bilanz. Knapp 30 Prozent beträgt das Wachstum im Kundengeschäft. Immer mehr Kunden, sicher auch sensibilisiert durch die Finanzkrise, achten darauf, wie ihre Geldanlagen verwendet werden. Also der Name Ethikbank ist Programm. Das heißt, was uns von anderen Banken unterscheidet, ist die Frage, was passiert mit dem Geld unserer Kunden. Und an dieser Stelle kommt unsere sozial-ökologische Anlagepolitik ins Spiel. Das ist ein Mix aus Tabukriterien und Positivkriterien, die also definieren, in welche Geschäftsbereiche investiert die Ethikbank und in welche Geschäftsbereiche investiert sie nicht. Tabu sind Investitionen in Geschäftsfelder, die sich beispielsweise auf Kinderarbeit stützen. Die Direktbank bietet ihren Kunden sogenannte Förderkonten an. Ein Teil der Zinserträge spenden die Kunden dabei beispielsweise für ein Frauenprojekt in Afghanistan, das die Ethikbank betreut. Oder unser Ethikprojekt, das sind die bulgarischen Kinderheime in Bloftiv und Umgebung, die also mittlerweile so nachhaltig wirtschaften, dass sie Ausbildungsküchen und sonstige Ausbildungsprojekte dort initiieren, um den Kindern langfristig eine Existenzsicherung zu ermöglichen. Ja, und unser Umweltprojekt, das ist der Schutz der sibirischen Baikal-Robbe und der Schutz des Baikal-Sees als das wichtigste Trinkwasserreservat der Erde. Für 2010 erwarten Volksbank und Ethikbank weiterhin ein starkes Wachstum bei konstanter Ertragslage. Ab 2011 werden die Erträge wieder auf das Niveau vor der Bankenkrise zurückgehen. Politisch korrekte Geldanlagen werden dabei den Trend im Unternehmen bestimmen, prognostiziert der Vorstand. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.